Die türkis-grüne Koalition hat noch keine einheitliche Linie gefunden, wie man auf die Alleingänge der ungarischen Regierung im Rahmen der von Ministerpräsident Viktor Orban als Friedensmission bezeichneten Besuche in Moskau und Peking reagieren soll. Wie berichtet, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag an, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn keine Kommissarinnen oder Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte teilnehmen werden. Außerdem verzichtet die EU-Kommission auf den traditionellen Antrittsbesuch bei der ungarischen Präsidentschaft, wie ein Sprecher mitteilte. Diesem Aufruf will Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch folgen, wie der grüne Ressortschef am Dienstag am Rande eines Termins ankündigte. Es sei inakzeptabel, dass Orban nach Moskau reiste. Ich habe für mich entschieden, zu diesen Räten nicht zu fahren, stellte Rauch klar. Dies sei eine persönliche politische Entscheidung, sagte er auf die Frage, ob dieses Vorgehen innerhalb der Regierung abgestimmt sei. Man muss klare Kante zeigen, denn es sei durch Orban eine Grenze überschritten worden. Zur Frage, ob man Ungarn das Stimmrecht im Rat der EU entziehen sollte, wie es 63 EU-Abgeordnete in einem Brief an die EU-Institutionsspitzen gefordert hatten, sagte Rauch, dies müsse in Europa entschieden werden. Es gehe um eine konsequente Haltung Ungarn gegenüber. Eine solche sei nötig, ließ aber Sympathien für diese Ideen durchklingen. ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, der als möglicher Kandidat für den Posten des nächsten EU-Kommissars gilt, sagte am Dienstag in Brüssel, er habe natürlich Verständnis für die Europäische Kommission. Doch hier sei ein Zeichen zu setzen. Bei den Vorgängen der letzten Tage und Wochen handele es sich um bilaterale Besuche, so Brunner im Hinblick auf Orbans umstrittene Reisen. Auf der anderen Seite ging es um die Zukunft Europas. Und er geht davon aus, dass auch Ungarn die europäische Idee ganz vorne anstellen werde, so Brunner weiter.